Lass die Schultern hin, stabil, mach die scheiß zehnte Wiederholung jetzt, Johnny. Dann kommst du nämlich nicht mehr weiter, Alter. Das stimmt mit dir nicht, Alter. Dein Muskelgefühl, was du sonst immer hattest, das fehlt ein bisschen. Servus, Mitterland, ich bin's der Johnny, dies ist der Johannes, wir trainieren heute. Ja, auf jeden Fall, Leute. Johannes und ich haben uns seit circa sieben Wochen Kurs von Portswettkampf das letzte Mal gesehen. Ob ich Fortschritte oder sowas gemacht habe, seht ihr dann auf seinem Video hier. Also irgendwie auch Fortschritte oder Sonstiges, ob er mit meiner Form zufrieden ist, überhaupt. Ich glaube, ich weiß schon, warum er einen Pulli trägt, weil er Angst hat. Vielleicht will ich mich nur aufwärmen. Und apropos, wir trainieren heute Brust und ich habe vergessen, wenn Brust... Schultern und Trizeps. Ja, äh, sorry, das habe ich doch gesagt. Push, äh, ja. Bevor das Training losgeht, balle ich mir ein bisschen Gold. Ab 25 Euro, ihr wisst Bescheid, ein Gras-Produkt on top. Eine sehr exklusive. Hier, Gras- und top. Hier könnt ihr vergleichen, einfach ein Dritt von Produkten. Alter, du wirst ja frech gleich direkt am Anfang des Videos die Werbung rausballern. Ja, weil das wird dann auf jeden Fall geskippt. Über seinen Link bestellen ist ganz wichtig, wenn ihr ihn supporten wollt. Wenn nicht, bestellt ihr bei mir. Komm, 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 ihr Bankbrücken, Alter. Bist du wahnsinnig? Wie viel Milligramm Koffein willst du nehmen, Johnny? Ja. Das waren jetzt 120 Kilo. Wir machen auf jeden Fall ein paar schwere Sätze für den insgesamt Push. Und dann wird das Training auf jeden Fall sehr gut. Ich ziehe mich gleich aus, wenn ich full aufgewärmt bin. Ich habe es komplett vermieden fast. Ich habe nur Maschine, ich habe wirklich eine Maschinenübung gemacht. Oder mit Kurzhantel oder sowas. Oder Batsch. Das merkt man schon, ich habe ja auch vier Wochen oder so ausgesetzt, wie in meiner Schultergeschichte. Da habe ich locker 10, 15 Prozent verloren dadurch. Ja, ich fühle mich jetzt auch zur Zeit nicht irgendwie so top oder sonstiges. Nein, wirklich nicht. Das war vor, bevor ich mich impfen lasse und bevor ich Schmerzen hatte. War echt alles geil. Das war echt alles geil. Egal, jetzt läuft alles zur Zeit. Und danke, Leute. Ich habe die 100 K auf Insta erreicht. Danke an dieser Stelle für die Ehren-Community. I love you. Wir haben jetzt auf jeden Fall Bankdrücken so ziemlich durch, richtig? Ich will da einen machen. Ich weiß noch eine Serie. Er macht noch einen Satz, eine Serie. Ein Back-Offset. Ein Back-Offset? Ja, Mann. Eins. Drei. Drei. Vier. Drei. 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 Acht. Drei. Neun. Ein. Hör, gib mir ein. Komm. Hoppa. Ja, komm. Komm, 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 komm. Easy, easy, easy. Ich habe eigentlich gehofft, dass es so zwölf werden. Aber du hast doch zehn gesagt, Pastor. Ja, zehn gesagt, aber eigentlich auf zwölf gehofft. Schade. Zähne sind doch gut, Johannes. Das ist gar kein Ding. Auf jeden Fall Gales gebracht. Die nächste Übung wird auf jeden Fall sein. Eine Butterfly an der Maschine. Handtuch ist da. Meine pinke Flasche ist auch am Start. Alles in pink. Da ist die Maschine. Und da ist die andere Maschine. Und. Ja. Rutsch, 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 rutsch. Komm, 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 komm. Oh, komm, komm, komm. Oh, komm, komm, komm. Am Anfang liest du das so leicht. Und dann bin es auf einmal nur acht Wiederholungen. Oh, brutal. Bleib stabil im Schultergürtel. Bleib stabil im Schultergürtel. Bin stabil. Nur mit der Brust. Besser, 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 besser. Guck mal. Genau. Nicht ausweichen. Dann geht das besser. Du schaffst automatisch weniger. Lassen wir die Schultern hinten. Bleib mal oben stabil. Und jetzt ohne Ausweichen. Ohne Ausweichen. Ohne Ausweichen. Dann kommst du nämlich nicht mehr weiter, Alter. So kriegst du auch einen Punkt in der Brust, Digga. Nicht cheaten. Es geht nicht darum, Wiederholungen zu schaffen. Hier ist Bodybuilding angesagt. Hast du gemerkt? Ja, ich hab's gemerkt. Du schaffst nur noch die Hälfte an Wiederholungen, wenn du das richtig machst. Das ist schwer an Fallschiff, immer. So, wir haben jetzt auch gehört, Butterfly eine Maschine zu machen. Wir machen jetzt Butterfly am Kabelzugturm. Gefühl ist auf jeden Fall super. Schulter wird jetzt hinten gelassen. Schultergürtel, beziehungsweise. Schön, alles in der richtigen Bewegung. Ja, manchmal ist zu viel Gewicht auch nicht gut. Aber schwer macht schwer. Blood and Guts, oder? Inblatt, aufblatt. Locker, people. Half reps, full gains. Man sagt auch, the shorter the range of motion, the more master you can build. Stimmt das? Das ist nicht Bullshit. Glaube ich nicht. Aber auch kurze Wiederholungen haben ihre Darungsberechte. Wenn ich mir eine vollen Range schaffe, machst du halt ein bisschen kurzer. Ja. Oh, die glüht. Ich bin ein bisschen weiß, aber es geht. Aber es ist immer krass zu sehen, was bei ihm passiert, wenn er sich aufpumpt. Klassischer Fall von Blutpenis. Der Blutmuskel. Du sollst nicht so viel von meiner Biografie preisgeben. Zack, genau. Ja, 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 genau. Ich glaube, wir sollten mal wieder öfter zusammen trainieren, Alter. Ehrlich jetzt. Wir machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Schulterdrücken, Military Press, Markus Rösseil, einarmig, perfekt, oder? Eigentlich. Ganz normales Schulterrücken im Sitzen für Faule. Ich bin Pennywise, mit all der Money kommen in. Von der Gutter, built die Brick, buy a fucking Brick. Ich habe Kallusen, das zu tun. Ich bin heavy-liften, Begeleinig, was war zu passieren. Es ist bereits written. Sie hat mich auf meine Songs, weil sie singt along. Meine Exe haben alle jemanden, aber wir sind noch involviert. Ich kann nicht warten, bis sie alle die Nachrichten, wenn ich die Chance bekomme. Keine Antwort, so congratulations, weil sie missen die Mark. Jetzt haben wir Gesprächs für Releases, hier in Sugarfisch. Kast es aus der Katalog. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Wenn ich das höre, dann weiß ich immer, alles läuft richtig gut. Egal in welcher Lebenslage, lass uns nicht von Gewicht beeindrucken, das ist alles eine mentale Sache. Ich mach schön 10 bis 12 für die Gains, für die Gains, für die Gains. Nächste Übung an der Seithebemaschine für die seilige Schultermuskulatur, offensichtlich. Und guck mal hier, er zählt die Wiederholung mit, 21, 21 Raps. Geil oder? Zu viele 21 Raps? Oh, jetzt ist vorbei, jetzt gibt es keine Muskeln jetzt. Ne? Zu viel wiederholen. Ja. 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 Komm an. Ich hab noch mein Volumen runtergefahren und ein bisschen die Intensität höher. Da ist doch immer so ein paar Teilwiederholungen, isometrisches Halten, statisches Halten, um Volumen zu sparen. Okay, jetzt machen wir die Seithebem am Kabelzugtrunden baldarmig. Schau mal hier. Hier haben wir noch wieder schöne Vordehnung oder Vorspannung, ne? Ja. Wir machen es überkreuz und arbeiten ein bisschen vorm Körper. Ja. Und gehen sogar ein bisschen höher, aber ein bisschen trapez mit bei. Das stimmt mit dir nicht, Alter. Das Muskelgefühl, was du sonst immer hattest, das fehlt ein bisschen. Ja, ich glaube, das gibt's als wenn du irgendein Mangel hältst von irgendwas oder so, ne? Oder du musst dich einfach besser konzentrieren. Ich hab das Gefühl, du spulst so ein Training ab, jetzt hast du dich mehr konzentriert und es wurde automatisch besser und ich sehe auch, wie mehr Buch reinkommt. Ja. Guck mal, wie rund die auf einmal ist, die Schulter. Bei der rechten. Ernsthaft, du musst dich mehr konzentrieren im Training. Ich soll wieder Bodybuilding machen, hat Johannes gesagt. Heißt, ich soll meine Trainingsqualität verbessern. Vielleicht mal auf Gewicht mehr oder weniger verzichten. Vielleicht sind ein, zwei schwere Sätze drin und den Rest auf jeden Fall schön produktiv, effektiv wie die Muskulatur nutzen. Vielleicht muss ich mal noch hier und da an der Ausführung ein bisschen besser fallen und dann läuft auch alles wieder. Okay, ich kam jetzt wieder frisch aus einer Trainingspause, kann man so sagen, aus einer effektiven Trainingspause. Mal gucken, was in der nächsten Zeit passiert. Wird alles natürlich auf YouTube, Instagram und TikTok weiterhin am Ball gehalten, ne? Plus. her noch ein bisschen besser. Das Ganze istchau-verbrecher. Das ist gut. Ich habfTiffany mal schlecht. Geschmack Leim während des Trainings. Ich mache es auch noch zwei Scoops auf diese kleine Menge hin. Ist ja egal, wie viel Wasser man da eigentlich benutzt, je nachdem jemand süß-süß haben will. Wir haben uns davon, glaube ich, fünf oder sechs Geschmäcker im Shop. Wenn du überlegt, in meiner Beschreibung bestellst, in dieser Beschreibung bestellst, bekommst du, oder auch über mein Instagram, bekommst du ein gratis Produkt on top. Das sind einmal die Exclusives. Die sehen so aus. Bekommst du gratis zu deiner Bestellung. Gönn auf jeden Fall was Schönes. Ich trinke jetzt meine ERAs. Und dann machen wir noch die letzten Übungen. Trizeps. Let's go! Ich wollte dir nur sagen, danke fürs Training. Ja, Mann, ey, und es war wichtig für uns beide, weil ich habe jetzt ganz klar gesehen, wo deine Defizite sind. Und das werde ich jetzt gleich in meiner Abendmoderation auch nochmal ansprechen. Meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video. Und nicht vergessen, den Johannes abonnieren, TikTok, YouTube, Instagram und so weiter und so fort. Haut's rein, euer Jonny, Cock. Haut's rein, ciao, ciao.